Gleich vorab, also das Gerät, besonders natürlich wenn man damit arbeitet, wird schon relativ laut. Da doch ein kleiner Lüfter drinnen ist, der natürlich platzmangelbedingt ziemlich klein ist und dementsprechend viel Krach macht. Ich werde es jetzt einfach mal starten. Verbaut ist eine 1,8 Zoll Festplatte mit, ich würde jetzt sagen 80 GB, wenn wir dann nachher nachschauen. Mir persönlich wäre halt eine SSD lieber, weil da brauche ich nicht die Angst haben, dass wenn ich das Gerät irgendwie herumtrage, dass da die Daten irgendwie beschädigt werden. Aber schauen wir doch mal, also Windows startet jetzt. Ja, also hier sieht man schon, dass das Windows geladen ist. Gut, und Windows meldet sich schon an. Ja, schon bin ich in Windows. Wir haben ja also wie gesagt hier ein ganz normales Windows 7 drauf. Ich kann hier bereits schon den Stift benutzen. Wenn ich das mal hier... Erkennt man das? Ja, doch, das erkennt man schon. Kann also hier ohne... Das funktioniert ohne Berührung. Also ich bin hier einen Zentimeter oberhalb vom Bildschirm. Dann wollten wir noch die Systemeigenschaften anschauen. Also der Akku hält jetzt eine Stunde 40 auf Energie sparen wir. Also auch nicht so lang. Aber wenn man unterwegs sind, wie schnell mal was nachschauen will. Ja, die CFS-Platte, wenn wir hier schauen, hat 55,8, also eigentlich 60 GB. Und auf, wo ist es, jetzt kann ich euch das zeigen. Hier an der Seite kann man eben an diesem Scrollbereich runter scrollen. Gehen wir hier in System. Also 1,5 GHz CPU via C7M Prozessor. Das Einzige, was halt etwas merkwürdig ist, dass er nur 890 MB RAM hat. Das ist halt etwas nervig in dem Sinn, aber... Ja, ähm... Zwei an diesem Bit-Betriebssystem, Stifteingabe verfügbar. Schauen wir uns mal den Leistungsindex an. Prozessor bekommt eine 1,4. Arbeitsspeicher 2,9. Grafik 1,9. Grafikspieler 1,0. Premiere-Festplatte 3,6. Also die ist sogar das schnellste am ganzen Gerät. Und man sieht schon, wenn ich hier die Hand auf den Sensor halte, schaltet sich die Tastatur ein. Also die Beleuchtung. Gut, ähm... Das wollte ich nachschauen. Ja, und hier könnte man eben auf dem Feld hier oben schreiben. Aber... Das ist mir dann doch etwas zu mühsam. Ja, wenn ich das Gerät in der Hand halte, sieht das dann so aus. Da hat man eben hier den Stick für die Maus, hier die Maustasten. Und... kann man eigentlich auch recht flott arbeiten. Es ist halt nur doch eine gewisse Dauerlast vorhanden, weil das Windows doch relativ... 100% Auslastung obwohl ich nichts gröberes jetzt gerade mache. Ähm... Naja... Kann natürlich sein, dass er gerade Updates zieht oder irgend sowas, aber man kommt hier doch relativ schnell auf eine hohe Auslastung. Ja, Bluetooth ist natürlich integriert, WLAN... Sonst, ich werde einfach den... einen Link in die Infobox einfügen, wo man die Details anschauen kann. Und ich werde jetzt hier noch ein paar Updates installieren. Hoffe ihr abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Schaut vielleicht auch bei meinem Pöli 1 Kanal vorbei. Der Link ist dann auch in der Infobox. Und... Ja, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und... Ja, lasst vielleicht noch einen Kommentar da. Äh... Kommentar... Wenn euch das Video gefallen hat. So. Okay, tschüss!